Minii 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 Alle einigermaßen intelligenten Sendungen laufen morgens vor fünf. Unsere Sendungen beginnen in Kürze. Nein, nein, nicht doch, lasst euch Zeit. Bei euch lohnt sich das war schön und schick. Ihre Sendung wurde eingestellt. Ach ja, der Kaffee war noch nicht fertig. Warum um alles im Meer wird schön und schick eingestellt? Was könnte den Alltag mehr bereichern?